weiter geht's mit dem dancing tölpel und mit mir battle bambi bei generation zero da hat er im letzten video ordentlich gerumst und sie es ausschaut sind immer noch welche da und die taktik von wegen ich verstecke mich innen die geht ja auch nicht mal ganz so gut auf habe ihr mal bemerkt schon der barcode zugangshutbunker minken als hat sie da ja auch schon was da in der hinsicht moment einmal muss es mal kurz gucken begibt sich ins dorf ständungs näs ach so ja ja ich denke ich denke ich denke nix nix denke ich weiß es nicht mal schauen ich komme da schon irgendwo hin beziehungsweise ich könnte jetzt auch einmal das war ja irgendwo hier und wenn du mal sein aber naja ich jetzt erst mal dahin und dann darüber aber aktuell sehr wenig munition und noch weniger medie picks wird ok wo ist denn da noch ich habe irgendwie das gefühl dass es was dickes jetzt ist es auch kein unterschlupf na also wenn ich jetzt noch ein paar mal verreckt dann bin echt in der kirche so sieht es aus schlechte voraussetzungen keine munition oder wenig munition ein medie pick deswegen habe ich jetzt nicht da hoch auf das gelände da werden bestimmt viele maschinen sein sicherlich deswegen ziehe ich mich erstmal zurück so mich quasi neu sammeln neue munition sammeln und sowas medie picks und dann startet den angriff da uhr ok mhm mhm ja okay ok 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 Ach, da kommen wir jetzt wieder nirgends wo nachher wohl. Das Zusatz ist aber immer noch ganz schön weinander, ne? Wenn ihr das dann mal so bemerkt. Wo waren jetzt die komischen Antenne? Ah ja, okay, da vorne. Moment, Moment, Moment. Er hat schon heftig gescheppert, ne? Herbst her vor dem Gelb. Und den stelle ich mal gleich da hinten auf. Na, was guckst denn? Was guckst denn? Na, was guckst denn du? Okay. So, als müsstest du es doch haben da drin. Und wieder nichts. Das kenne ich irgendwie schon. Hm. Holla. Hey, Olof. Es ist Johan. Ich bin jetzt zurück in Kasselberg. Ich bin jetzt ein paar Tage. Aber ich habe nur die Kinder's bedtime. Again. Wie Matilda würde sagen. Look, I need to tell you something weird that happened today. Did you see the news? We should... You know what? I'll just come down. I could use the nightcap. I'll be down in five. Willa Kassberg. Ich glaube jetzt einmal nicht, dass mir Tester da irgendwo anzeigt wird. Ach. Willa Kassberg. Trotzdem hier hin und dann da hin. Hätte ich gesagt. Nichts, 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 nichts. Nichts. Und hallo. Hotel Bill. Mann. Nichts. War mir direkt klar. Und wie, na. Okay. Hm. 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 Diese Kisten mit diesem Nichts. Furchtbar. Und was ist jetzt eigentlich mit einem Unterschlupf? Verdammt nochmal. Da komme ich ja her, ne. Da war ich ja. Oder? Na, ich muss nur kurz gucken. Die habe ich ja da eigentlich alle zergeschmettert. Und da drin war ich ja. Das war kein Unterschlupf. Okay. Das wollte ich jetzt nochmal kurz gucken. Nichts. Mann. Oh, da hat es gescheppert. Oho. Nichts. Mann. Es gibt es doch nicht. Tja, ich würde es genau wissen. Weil ich brauche echt Munition. Ja. Ich habe echt nicht mehr viel. Jetzt kommt da mal lange Zeit wirklich kein Gebäude. Das heißt, es war ein Simulator. Und ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele Gegner. Sonst habe ich echt ein Problem. Ich bin nicht mehr. Ich bin ein Scherz. Das ist das. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wenn ich mich nach. Ach, Vollmantel. Hm. Okay. Alles nehmt nehmt nehmt. Gut. Hm. Tatsache. Aber jetzt ist es durchglauben, okay. Ja, sieht schon echt cool aus. Das gefällt mir schon, das Spiel. Auf einer Seite ist es halt echt ein wenig so trostlos, leer, keiner da. Die Gegner sind mechanisch und auch so viel Land und Wälder und Holz, lauter Holz. Aber auf der anderen Seite, für so einen Moment, ist es schon echt schön. Ist schon schön, schon schön. Ja, mal gucken. Oha. Wo die wohl hinmarschieren? Das sieht ziemlich da aus, wo ich hingehe. Wahrscheinlich muss ich es ja wegmachen. Das waren jetzt zwei, drei. Na ja, geht mir lieber weiter. Ist schon ganz recht. Okay. 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 Ich glaube da ist wieder irgendwas dickes unterwegs. Oh, ho, ho, ho. Oh nein. Oha. Nichts Großes. Okay, 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 bin gut weggekommen. Und trotzdem noch zwei geschreddert. Naja, ich hab's kurz. Irgendwo marschiert und andere rum. Wo hat der eigentlich sein Fessler? Ach, da unten, ne? Wenn man da mal schaut, direkter so drunter hänger. Wieso zwei... Naja. Sowieso zwei Kakerle? Vielleicht, ne? So, das müsste jetzt eigentlich dann die City sein hier, ne? Ja. Wo guckt denn der hin? Oh, oh. Oh, man. Sie sind hier überall. Aber so richtig nach City sieht das jetzt hier, ne? Irgendwie aus, ne? Boah. Oder wenn's jetzt bewegt noch auf mich zukommt, ne? Der hat jetzt aber das totalen Muster, ne? Ja. Da hinten schaut's auch irgendwie militärisch aus. Okay. Ja, aber ich muss jetzt erstmal da runter. Und erstmal möglichst Stress aus dem Weg gehen. Aber so richtig nach Stadt. Ich weiß nicht. Mehr vielleicht Siedlung oder kleines Dörfchen. Jetzt, wenn da irgendwo Zecken sind, die ich rumballern muss, die könnten mich theoretisch verraten, ne? Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Ruhe hier. Oh, der hat ja sowas gehabt. Wenn ich jetzt mal einfach mal schnell gucke. Zwei Modi. Ich glaub, das ist eine Sache, die ich brauch. Jawoll. Ich glaub, das kommt doch schon mal richtig cool, ne? Ja. Jetzt hab ich aber hier noch den anderen. Ja, die Munition wird er irgendwie nicht mehr, ne? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Von allem halt auch Medipix, ne? Ich hab immer noch bloß noch eins, oder? Ja. Ja. Ich hab wirklich nur noch eins. Und noch ne dabei volle Energie. Hier ist wahrscheinlich wieder nichts. 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 Außer Klamotten. Mal ein Medipix. Oh, anderes Bild. Wow. Okay. Habe ich eigentlich in das Auto reingeschaut? Hinten? Und dann, dass wir doch noch was wichtiges vergessen. OMG. Hm. Boah. Wärens dann wenigstens schöne Handschuhe, ne? Dann okay, aber so. Strickhandschuhe, wir brauchen sowas. Sieht immer so abgefranst herunterkommen aus. Muss ein wenig schön ausschauen in der Apokalypse. Hm. War jetzt nicht so viel, ne? Und auch noch, ne? Was war das? Hm. Also, irgendwie ein Könnt dazu irgendwas laufen. Naja, da hammert er wieder. Nichts. Ah, das wird doch langsam langweilig. Also ehrlich, das wird jetzt echt langsam langweilig, ne? Äh, das ist echt ein Witz. Mhm. Mhm. Naja, das wird eine Zecke. Nichts. Irgendwie habe ich es mittlerweile schon im Gespür, wo sie sind und wo nichts ist, ne? Moment. Gucken wir mal kurz. Äh, ja. Okay. Sieht doch schon cool aus, also mit der Brille. Ja, passt schon. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja, die Luderei. Okay. Das dauert halt. Aber ich muss wirklich luden. Bringt nix. Was? War ich da noch gar nicht drin? Was? Ach. Ich muss doch mal bitte schmerzen. Unfall. Nie. Ich muss doch mal aufziehen. Nichts, oder? Doch, doch, Position. Dass ich da noch gar nicht dran war. Ja, jetzt wird's langsam echt weiter eng, ne? Da ist nichts. In denen ist immer nichts, ne? Aber ich muss ja trotzdem nachgucken, weil irgendwann ist was drin. Ich hoff's. Okay, okay, okay. Ja, von allem, ähm... Ich hab aber immer noch keinen Unterschlupf gefunden. Vielleicht auch mal Kirche suchen? Ja, ich schau mal, vielleicht gibt's jetzt hier irgendwo eine Kirche? Nee, echt? Ja, doch. Ich bin schon so an dieses Nichts gewöhnt. Okay, aber ich glaub nicht, dass es hier irgendwie eine Kirche gibt. Schlecht, schlecht, schlecht. Keine Kirche, kein Unterschlupf. Sieht schlecht aus mit dem nächsten Spawn. Ja, ich bin hier wieder der Kirche auf der anderen Seite. Nichts. Hm. Das separiert mir jetzt so. Deswegen ist Ende mit dem Video. Servus, Leute. Vielen Dank.